Hello and welcome im Tutorial, im Nationaltutorial für die Fiji-Bewohner. Du kannst, wenn du möchtest, jetzt in diesem Fernstyle zu deinem Nationalspiel gehen. Ganz egal, welche Sportart. Du bist einfach top gekleidet. Musik So, also, ich drück dann die Darm, wenn ihr jetzt spielt, oder wenn ihr zum Spiel geht, meine ich. Ich bin auf jeden Fall bei euch und hoffe, dass ich mit dem Outfit, mit dem Fanstyle weiterhelfen konnte. Mua! Bye!